Was ist in der Zahnheilkunde ein Zahn? Gebiss ist ein Begriff, der sich auf die Anordnung der Zähne im Mund bezieht. Verschiedene Tiere können abhängig von ihrer Hauptdiät sehr unterschiedliche Gebisse haben, beim Menschen werden 32 Zähne zwischen Ober- und Unterkiefer geteilt. Die Zähne können eine Vielzahl von Informationen über eine Person oder ein Tier liefern und darüber, wie es lebt oder lebt. Zähne, Biologen, Archäologen und Zahnärzte studieren im Rahmen ihrer Arbeit das Gebiss. Viele Tiere werden mit einem sogenannten Primär-Milch-, Baby- oder Milchgebiss geboren. Zähne beginnen sich im Kiefer der Gebärmutter zu bilden und brechen nach der Geburt aus. Diese Milchzähne bleiben in der Kindheit an Ort und Stelle und werden nach und nach durch das erwachsene oder sekundäre Gebiss ersetzt. Typischerweise weist das Milchgebiss weniger Zähne auf, die auch kleiner sind, und diese Zähne können für verschiedene Zeitspannen gehalten werden. Einige Tiere können mehr als zwei Zahnreihen haben, so dass drei oder vier Zahnreihen nacheinander wachsen können. Je nachdem, was ein Organismus ist, können seine Zähne sehr unterschiedlich sein. Tiere wie der Mensch haben ein sogenanntes heterodontes Gebiss, was bedeutet, dass das Gebiss aus einer Mischung von Zahntypen besteht. Dies ermöglicht es dem Menschen, sich abwechslungsreich zu ernähren, da die Zähne zum Schleifen, Schneiden und Zerreißen ausgerüstet sind. Im Gegensatz dazu sind Tiere wie Gürteltiere homodonten mit nur einer Zahnart, da dies für ihren Nahrungsbedarf ausreicht. Zahnärzte untersuchen das Gebiss, damit sie ihre Patienten effektiver versorgen können. In der Zahnmedizinischen Schule erfahren Ärzte, wie sich die Zähne entwickeln, woraus sie bestehen und welche Probleme im Mund auftreten können. Menschen können Probleme haben, die von getroffenen Zähnen bis zu Hohlräumen reichen. Mithilfe von Werkzeugen wie Zahnformen, Röntgenbildern und visuellen Untersuchungen können Zahnärzte die Anordnung der Zähne bei einem bestimmten Patienten kennenlernen und entsprechende Behandlungspläne entwickeln. Menschen wie Archäologen interessieren sich für die Zähne historischer Menschen und nichtmenschlicher Tiere, weil sie interessante Informationen über den Evolutionsprozess und die Lebensweise von Tieren zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte liefern. Forensische Anthropologen können ebenfalls Zähne verwenden, um Opfer von Straftaten zu identifizieren oder Informationen zusammen, die bei der Identifizierung hilfreich sind, einschließlich Eindrücken von Zahnspuren, um Personen zu finden, die mit einem Tatort in Verbindung stehen. Wenn zum Beispiel ein Verbrecher einen Apfel isst und ihn wegwirft, können die Markierungen im Apfel untersucht und mit den Abdrücken aus den Mündern von Verdächtigen verglichen werden, um festzustellen, ob es eine Übereinstimmung gibt.